Kapitel 8 Erinnerungen Logans Sicht Ich lag noch lange wach und beobachtete meinen Bruder und meine Frau beim Schlafen. Die Zeit in der Gefangenschaft war nicht spurlos an meinem Zwillingsbruder vorbeigegangen, denn man merkte schon beim Hinschauen, dass er des Öfteren mit dem Cruciatus gefoltert wurde oder mit Essensentzug bestraft wurde. Dasselbe wie bei mir, nur dass ich geschlagen wurde. Aber dafür würde ich meiner angeblichen Verwandten noch zur Rechenschaft ziehen. Denn ich wollte nicht sehnlicher, als mich an den Menschen zu rächen, die mich belogen und betrogen hatten. Egal, wie ich dies bewerkstelligte, aber ich würde dies so machen, dass ich nicht nach Askebaum kommen würde, denn schließlich wollte ich meine nun schwangere Frau nicht so einfach stehen lassen. Ich musste mir was überlegen, denn ich würde sie nicht ohne Strafe davon kommen lassen. Nach einer Weile fülle ich dann doch in einen tiefen Schlaf mit den Gedanken, dass ich meinen Eltern ihre Erinnerung wiedergeben würde. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, schliefen meine Frau und mein Bruder noch. Ich entschied mich dazu, Hermine zu wecken, damit wir das mit den Erinnerungen noch vor dem Frühstück erledigen konnten. Mein Schatz wach auf, flüsterte ich so, dass nur Hermine erwachte. Bin wach, möchtest du das mit den Erinnerungen noch vor dem Frühstück erledigen? Ja, möchte ich, denn je schneller sie sich an Larus erinnern, desto schneller können wir uns an den Plan setzen, den Alten aus dem Weg zu räumen. Sie nickte und streckte sich gähnend. Ich setzte mich ebenfalls auf und versuchte, ohne meinen Bruder zu wecken, das Bett zu verlassen. Am Schrank suchte ich mir und meiner Frau wieder die Klamotten für den Tag heraus und zogen es schließlich an. Wir gingen Richtung des großen Salons und öffneten die Tür. Wie sie zu erwarten war, saßen meine Eltern nebeneinander auf dem Ledersofa. Ich nickte Hermine zu, die es auch direkt vor meinen Eltern stellte. »Schwiegertochter, was soll das werden, wenn es fertig ist?« fragte mein Vater mit hochgezogener Augenbraue. »Das ist für das höhere Wohl. Ihr werdet es mir später danken.« Bevor beide überhaupt reagieren konnten, drang sie in die Erinnerungen der beiden ein. Es dauerte ein paar Minuten, aber als er aus den Köpfen der beiden raus war, fing Tom schon an zu fluchen, was das Zeug hielt. Einerseits war es amüsant, aber andererseits auch traurig, denn der eigene Vater hatte vergessen, dass er noch einen Sohn hatte, auch wenn er es nicht freiwillig vergessen hatte. Led beruhigte ich. »Was passiert ist, können wir nicht mehr ändern. Das Wichtige ist, dass Larus wieder wohlbehalten bei uns ist, auch wenn dafür Jahre ins Land gezogen sind.« Nachdem ich ihnen das gesagt hatte, schauten sie mich mit großen Augen an. »Er ist hier, seit wann?« Seit gestern Nacht. Hermin und ich hatten uns direkt nach unserer Hochzeitsnacht auf den Weg gemacht, denn wir wollten beide nicht, dass er noch länger bei dem Suppenhuhn bleibt. Nun ist er noch am Schlafen, da er sich noch von den Strapazen erholen muss, aber ich denke, er wird sich schnell erholen. Zumindest sah es für mich so aus, als ich mit ihm im Arm wach geworden bin. Er scheint sich nämlich an mich rangekuschelt zu haben, als er schlief. Und die Nähe zu seinem Verwandten, bzw. Bruder, lässt ihn schneller erholen. Mein Vater nickte erleichtert. Das Schweigen wurde durch ein Klopf von einer Tür unterbrochen. »Herein«, rief ich so laut, dass die Person es hören konnte, als sie in den Raum betrat, war es eine Wache. »Eure Majestät, die Wachen wurden gerade von den Kobolden aus der Menschenwelt informiert, dass der Alte einen Heidenaufstand macht, dass sein Phönix weg ist.« »Danke für die Information, aber ich denke, ich lasse ihn sich ruhig ein bisschen aufregen, denn er wird es eh noch bereuen, sich an meinem Zwillingsbrot vergriffen zu haben. Aber noch lasse ich ihn in Sicherheit wiegen, bevor ich zur Tat schreite, denn schließlich muss noch geplant werden.« Die Wache nickte und verbeugte sich, um dann wieder in den Raum zu verlassen. »Du bist ein guter Mensch, bzw. Dämon, sowie König. Ich bin sehr froh, dass du nun unser König bist.« Mein Vater lächelte, was ich sofort erwiderte. »Danke, Vater.« Er klopfte mir auf die Schulter und setzte sich wieder auf seinen Platz. Ich ging in Gedanken durch, wie ich mich bei dem Alten rächen konnte. Aber da würde mir sicherlich noch etwas Schönes einfallen.